Hi Leute, willkommen bei der Adfolix. Ich zeige euch heute, wie ihr die neuen Lukas Podolski Designfolien ganz einfach auf euer iPhone drauf macht, auf euer iPhone 5. So, ich mache mal die hier vorher ab. Leg die dann so ein bisschen und leg die auf die Rückseite drauf. So, zieh die ab. Wenn sie verrutschen sollte, ist es nicht so schlimm. Einfach wieder drauf machen. So. Und schon ist es fertig. So, das gibt es natürlich nicht nur für das iPhone, sondern auch, wie ihr hier sehen könnt, für ganz verschiedene Geräte. PS3 haben wir schon für euch beklebt oder das Tablet 3. Und besucht uns einfach auf den verschiedenen Plattformen Amazon und Ebay. Sucht euch euren Favoriten aus für euer Device und viel Spaß damit.